So Freunde, was geht ab? LC171 Stadt. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal. Wir sind heute in Dundberg City oder auch Helm-Mielands-Ring. Ich habe heute ein Mikro anfeiert. Ist das professionell? Ist das professionell? Weil mit dieser Kamera haben wir einfach einen Thron aus der Hölle. Und es will nicht durchgehen. Nächste Woche ist Handelschallenge und heute ist das letzte Mal, dass ich Training fahren kann. Ich bin jetzt drei Wochen nicht auf dem Motorrad gewesen. Aufgrund verschiedenster Umstände. Aber heute wird gesetzt. Ich habe heute mal wieder die Anschützer angebaut. Ich hatte irgendwie mal wieder Bock ohne Anschützer. Aber wir werden sehen. Chris kommt heute noch. Da werden wir aber ein extra Video machen, denke ich. Vorbei. Der Laden ist zu. Ohne Spaß. Mir fällt es so schwer, das gerade so auszusprechen. Mir ist so ein richtiger Kloß im Hals. Ja, wieso, weshalb, warum. Zeigen wir euch alles im Video. Wie gesagt, wird dann so gut vor dem Video hier schon runter gegangen sein. Wir haben heute einen geilen Trainingstag, oder Mädels? Let's go! Let's go! Kajas neue Kombos ist übrigens wild, oder? Was sagst du dazu? 12 von 10. 12 von 10. Aber wer hat den Druck gemacht? DZ-Design. DZ-Design. DZ-Design, sag mal. Druck finde ich cool. Ich bin fett. Ja, geht auch Trick, hey. Kack! Der ist dann die gar nicht da, primer ... Er ist ja nicht sauber? Zweitens. Ich finde echt gar nicht da, zweitens! Ob man doch keine Angst hat, weil der kommt ja gar nicht raus, warum seine Autos kaputt get�t. Süßen Alter! Mach die Fensterscheibe runter. Und die Musik aus. Die Musik! Digi, was geht? Guck mal wer da ist! Digga, auch wichtig mit der Brille so, ja? Ja, so muss ich fahren oder so. Oder hier vorne auf dem Helmschirm drauf machen. Ja, genau. Ja, Mann. Finde ich richtig wichtig, Alter. Das ist mein neuer Sponsor. Damit heute auf dem Track oder was? Wenn du nicht machst, dann ist es... Scheiße. Was sagen Sie zur Gesamt-Situation? Schlecht. Ich liebe dich, ne? Ich liebe dich wirklich. Aber was habe ich gesagt, als du das Auto kaufen wolltest? Ich habe gesagt, dass das eine Bullshit-Idee ist. Also so habe ich es nicht gesagt, aber ich habe gesagt, Fynn, seid vorsichtig und so. Nein, für den Kreis ist es und das Beste... Ja, okay. Aber das darf ja auch ein Plan. Es ist alles gut. Deswegen sieht halt eurer nix nicht aus. Trotzdem war es ein schönes Auto, ne? Ich habe ein neues Mini-Bike. Das ist das alte noch, wie ihr offensichtlich seht. Das werde ich für die 100 nochmal benutzen, denke ich. Und danach geht es auf Hilfe von einem freshen Karre. Kommst du hier wirklich mit Reifen schonern und auf die Strecke? Ey, wenn du mal GV fährst, ne? Aber das ist nicht von der Strecke. Erstens sind die von der Strecke, seit wenn du hier von der Strecke kommst. Und das Motorrad sieht aus wie Sau. Das ist zum einen. Und zum einen dann machst du Dinger drüber und hast die Sau. Sau sind frei, ja. Aha, guck mal. So, und jetzt guck mal, du kärcherst das Ding, ist komplett nass. Reifen schoner drüber, ist ein bisschen Sau. Oh, kauf. Ey, hau. So. Umziehen! Musik 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 Ramp and round around, I spin around till everyone's gone. Yeah, 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 yeah. It's in my blood, in my blood, I mean it give you my heart, and it's pain in my head every time it's gone, but I kill you, kill, 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 kill. Also, Strecke ist geil, mega Boden, hammerkrass, Sprünge wieder ein bisschen flach, aber an sich hammergeil. Aber ich merke, dass mir die Erkältung noch ein bisschen in den Knochen sitzt. Die letzten beiden Wachen vor der Hand blickt, war ich immer krank. Immer, immer. Wenn man auch nichts dagegen hat. Ich habe halt keine Freundin, die bei mir wohnt und mich pflegt. Nee, das filme ich nicht, dann bin ich wieder der arrogante LC, wenn ich das erzähle. Ich habe übel quer gemacht. Ich habe übel quer gemacht. Tut mir leid, nicht. Ja, also, erster Turn ist vorbei. Ich kann mich kurz wie gut machen, oder? Ich glaube, wir hatten alle Spaß. Also, Strecke ist... Boah, ich muss kürzen. Ich muss zum Arzt damit. Ich schwe... Jetzt ist es vererbt. Mein Papa, ne? Bei meinem Papa... Bei Timo ist auch mal alles vererbt. Wenn mein Papa Zähneputzt, der steht so am Waschbecken. Und so geht es die ganze Zeit beim Zähneputzen. Und ich habe das... Ich bin da, weil die nicht so viel reinfliegen. Ich habe das auch. Bei der kleinsten kotze ich fast, Alter. Letztes Jahr bei der Handlung hast du nichts gemacht. Und dann bist du jetzt... Was? Endlich kommt er mal zum Einsatz. Und zwar nicht fürs Duschen, sondern wirklich für... So! Zeig doch mal. Ich gebe dir kurz eine Einweisung ins Gerät. War aber... Das war aber... Ich habe nicht gesagt, wo ich den Eischleifen muss. Das war keine Einweisung. An diesem schwarzen Knopf... ... ist die An- und Ausfunktion. Ja. Ja, du hast ein Klopfen. Darf ich nicht sagen. Hei! Schön! 150 Euro gut investiert. 150? Ja! 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 Die Karte! Ja! Ja! Guck mal wer da ist, mein Schatz, dein genervter Schatz. Ja, er ist sieben Stunden gefahren aus Osnabrück bis hierher, jetzt haben wir hier noch nette Menschen, die uns Kuchen mitgebracht haben, aber da werden wir uns gleich erstmal fünf, sechs, sieben Stücke nehmen und Chris hat mir direkt wieder Geschenke mitgebracht, ich habe eine neue Kombi bekommen, die ist gelb, ich glaube die sieht geil aus, oder? Passt gut zu Suzuki, ne? Könnte ich mir gut vorstellen auf einem KTM Vollkrossmotorrad. Ich habe gestern OneGripper gekauft, also nicht gekauft, den hatte ich gekommen, rein mich schön an der Stelle und hab den, ich wollte den beziehen und hab den schön festgemacht, schon straff, sah auch top aus, war schön auf Spannung. Und irgendwann drehe ich den halt mal um und sehe, dass er halt nicht zentriert war. Da hatte ich aber schon die Kanten abgeschnitten und da hatte ich zu wenig Stoff, konnte ich den ganzen Quizwagenbezug wegschmeißen. Aber jetzt habe ich noch einen bekommen, aber den muss ich zahlen. Ah ja, ich freue mich, dass du da bist, Alter. Ja, ich freue mich, dass ich da sein kann. Willst du mal dein Motorrad zeigen? Ja, ich will aber deine Vollbahn nicht heute schon mal. Nein, das ist schön nach Fenster. Ja, sicher. Dann, wir gehen mal gucken. Ja, wir gehen mal gucken. Das ist schon mächtig, ja? Hättest du ja die Chance gehabt, aber jetzt... Ey, ich kann hier heute mal fahren. Klar. Alter, ich kann doch fändig fahren. Nein, das stimmt. Danke. Wow. Geil, schön. Wie schlägt die hier an. Guck mal, guck mal her, guck mal her. Guck mal her. Ist ja geisteskrank. Ich freue mich, dass er da ist. Wir machen heute noch abends ein bisschen Grill-Action, aber jetzt muss ich mich kalibrieren hier. Kurz mal. Also, ich glaube mal. Hier. Ah! Das ist doch gar nicht. Aber du konntest ja manchmal her. Jetzt ist es mir sowieso egal, was ihr über mich denkt. Also von daher kann man das auch mal ganz klar sagen, ne? Alter, der Kuchen schmeckt erst zur Sahne. Ja, finde ich auch. Ne? Und ich weiß nicht, ob dem das unangenehm ist oder so, keine Ahnung. Aber das ist so lieb, Alter. Heftig, ne? Das sind, ich glaube, die Folgen mir, ne? So warm, aber ich glaube. Das sind die Folgen, die sind wegen Geld zu mir gekommen. Und die sind aus Berlin zu Chris nach Osnabrück gefahren, um da shoppen zu gehen. Nur wegen einem Brustpanzer eigentlich, ne? Dann hat er ein bisschen mehr gekauft. Und jetzt sind die einfach, weil Chris jetzt den Lagen zumacht. Habt ihr ja letzte Woche gesehen, das Video. Haben die einfach nochmal so als Abschied einen Kuchen gebracht. Wie nett können Menschen sein, Alter. Und der ist noch warm. Das ist so lieb, Alter. Also, und schmeckt mega. Vielen, vielen Dank. Ja, ehrlich. Das ist so lieb, Alter. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Wir machen uns heute hier einen ganz entspannten Grillabend. So ist der Plan. Und da freue ich mich sehr drauf. Oder? Ja. Schön, dass ihr wieder da seid bei diesem wunderschönen Sommertag, wo wir heute Krossen waren. Das war absolut geil. Das war Werksboden. Es hat ganz einfach schön geregnet. Das war perfekter Boden. Und danke fürs Drei, ich habe euch lieb, danke fürs Drei-Sommertag, ich habe euch lieb, danke für deinen Support und ich bin euch sehr dankbar für alles, glaube ich. Kann man an der Stelle auch nochmal sagen. Definitiv. Ciao. Ciao.